Musik Sicher kennt ihr die Werbung, die die Bundesregierung macht. Liebe Mitbürger und liebe Mitbürgerinnen, der große Aufruf zum Energiesparen über den Herbst, über den Winter bis in den Frühjahr hinein. Was dabei passiert, seht ihr schon im Hintergrund. Es kann schimmeln, denn jedes Grad, das man weniger hat, führt dazu, dass die Raumluft weniger Feuchtigkeit aufnehmen und transportieren kann. Und das führt dann zum Niederschlag an der Wand oder am Fenster und zu Schimmeln. Und Schimmel macht krank. Erwachsene und vor allem Kinder. Asthma, Allergien bis hin zu echten Komplikationen ist alles vertreten. Ganz zu schweigen davon, dass eine Schimmelsanierung euch relativ teuer kommt. Aber das ist den Volksvertretern, die nicht sparen müssen, die Raum haben, relativ egal. Aber es kommt noch schlimmer. Aber ein gewisser Schaden wird natürlich immer bleiben. Das ist ja völlig klar. Das ist aber auch hinzunehmen, denn wie wir es schon gehört haben, in so einer Situation, in einer Kriegsbedrohungssituation hat der Frieden einen Preis. Und den sollten wir auch bereit sein zu zahlen. Ja, wir zahlen. Wir zahlen mit unserem Geld. Die Inflationsrate ist gestiegen. Wir zahlen mit unserer Gesundheit. Wir zahlen weiterhin die Gehälter unserer unfähigen Politiker. Sie wirken wirklich angefasst. Also, Sie haben Angst vor diesem Krieg. Ich muss da nicht kämpfen und ich werde auch nicht sterben in diesem Krieg. Aber wenn es passiert, werden viele Menschen sterben. Ach ja, er wird nicht sterben. Ja, er wird ja auch nicht kämpfen. Er wird schön in einem Bunker sitzen und sich bewachen lassen. Und wir dürfen an die Front. Die Aussage, es werden viele sterben. Das ist ja schon wie ein Fakt, den er ausspricht, ja. Hauptsache er und seine Kollegen sind sicher. Ich verstehe nicht, wie der Bürger da zusehen kann, sich das anhören kann, ohne zu sagen, jetzt reicht's. Abonnieren, wenn ihr über neue Uploads informiert werden wollt. Ich würde mich über einen Daumen hoch oder runter freuen. Wenn ihr das Thema interessant findet, teilt es mit euren Freunden. Ich würde mich über einen Daumen hoch oder runter freuen. Vielen Dank.